einen wunderschönen guten tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren folge von aktorio weiter geht's mit mit diesem schicken game wir machen jetzt den export import nicht den export den export haben wir schon den import von den rohstoffen die so hier hin müssen das richtig richtig aus das sieht auch richtig aus so hoch dass das das und das dann bauen wir das eben zusammen da habe ich wieder ein kleines fehlerchen so ok wir haben das auch das bedeutet jetzt muss man kurz überlegen wie jetzt mache ja kurz zu ende überlegt waren wir machen es so und so und hier würde ich gerne noch mal zwei unten hinbauen so und zwar wir machen diesmal das kärbelchen hier dran so ich glaube das haben wir schon zweimal gemacht glaube ich immer jetzt aber nicht mehr sicher so wir machen eben strom hier hin dann dort strom hier muss überall strom hin so dann machen wir ja die grünen kamer von danach danach hier nach dort nach hier und nach dort dann das dass das schon sagen warum geht das jetzt nicht das haben wir auch das heißt wir machen dann nicht hier noch einen hin das kommt da hin das kommt da hin und mal ganz kurz schwingsten das kommt da dass das hier dort so brauchen wir noch was eigentlich nicht eigentlich nicht das kommt hier hin das kommt hier hin dann brauchen die noch ein bisschen strom kriege ich die beide rein doch okay perfekt auch nochmal strommasten die masten füllen so dass da und dann werden wir gleich mal ein bisschen was basteln da das ist auch dran und zwar hätte ich jetzt gerne hier das ist falsch ich würde hier oben gerne haben am kohl ok ok kohl wird bestellt ist bestellt so jetzt hätten sie gerne noch die kürste das wie ist bist du auch davon 5000 dann brauchen wir so fuhr es ist und mineral schlag das müsste hierbei sein da machen wir mal 100.000 und wir brauchen von mineral schlag jetzt war ich schon wieder kurz am überlegen mineral schlag so mineralet wasser auch 10.000 also halt stopp halt bevor jetzt hier irgendwie da was komisches läuft und man ganz kurz sehen da nein nein ich bin auch noch doof dabei noch einmal das kopieren war so oder machen wir nämlich jetzt hier draus sulfo es ist das da das da das da das da und hier draus machen wir mineralet wort haben in der ralehde wort haben aber das ist jetzt richtig eingestellt werden wir jetzt aber gleich sehen gleich wird der erste zukehre an braus kommen hoffe ich doch und wird uns irgendwas bringen ok der holt das er holt gar nichts ok das ist gut den müssen wir ganz kurz das da weg machen ok auch von ganz gut runter ich glaube da haben wir was vergessen einzustellen passiert am liebsten hätte ich also teleporter oder sowas so ehrlich drauf oder dich irgendwo hin aber dann hast du auch irgendwann 20.000 teleporter auf der map und weiß gar nicht mehr wo du hin möchtest am ist ja auch nicht so praktisch nee so ok was haben wir jetzt hier hier haben wir das ja mal das warum funktioniert das jetzt nicht warum funktioniert das nicht ok das ist ein bisschen sehr wie soll ich denn das jetzt beantworten ja kurios sagen wir mal kurios sagen wir mal kurios ok ok da habe ich einfach die rohre vergessen ok super lustig ok ja sollte natürlich nicht passieren haben wir fahren ab und fahren ok schön voller zug mit hoch giftigen und sprengstoff artigem gemisch glaube ich mal abladen so ich hoffe das funktioniert jetzt so wie ich mir das vorstelle natürlich nicht weil das rohr noch falsch rum ist und zwar du musst nämlich so rum ach so moment ein das noch mal zurück ist auch schon geändert ja glaube die müssen doch noch anschließend da sein wir machen hier auch mal ganz kurz den da aus wir machen hier gar nichts dran ähm so moment ja ja ich bin aus erreicht so weiß ich ob das direkt funktionieren wird er wird nicht funktionieren vielleicht wird es so rum funktionieren moment also er würde nicht um oder er pumpt nicht das ist gut so 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 und so ok und ich sehe da noch einen fehler hier haben wir nämlich auch was vergessen und zwar die querlinie jetzt ist aber gut also die querlinie hat man hier auch noch tatsächlich vergessen hier bauen wir noch was so so dann ähm ja wenn wir dann ich bin jetzt ich bin ich bin dann überlegen ob wir das nicht eben auch mit pumpen um planen glaube dann geht es noch mal ein bisschen schneller darüber geht auf jeden fall schneller machen wir oben auch ähm so wir sind dann noch mal masten hin einmal hier einmal dort einmal da gut ok dann haben wir jetzt wirklich alles erstmal angeschlossen ok ähm die rohstoffe sind auch schon alle da das heißt wir brauchen ein paar filter greifer oder auslader da diese da so ähm wir nehmen auch noch mal von dem da ein bisschen was mit und von dem da und nehmen da war eigentlich kompletter blödsinn aber ist egal ähm so wie machen wir es wir haben so viel platz das ist eigentlich scheißegal wie was die was machen so aber die die liquid waren zuerst also die liquid brauchen zuerst ihren platz und mal ganz kurz so 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 wir brauchen was brauchen wir denn hier wir bräuchten das gar nicht was wir hier brauchen ich bin wieder verwirrt dann ist schon wieder soweit denn hier überhaupt moment wir brauchen habe ich das jetzt zweimal nicht gesehen bin ich wirklich so blind okay ich bin so blind so das brauchte sulfuases und genau ähm okay äh 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 das das ähm wie viel brauchten der davon zehn stück uff 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 aber drei sekunden herstellung aber uff ähm dann müsste ich ja das da so machen glaube ich so das dann das 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 ich bin ich bin am überlegen ob ich die jetzt eins zu eins weil hier sagte er ja schon würde eins zu eins funktionieren bin ich tatsächlich kann am überlegen ob ich die eins zu eins dahinter baue ähm die haben natürlich eine andere breite das ist mir klar aber und wenn wenn ich das jetzt hier hin baue und die christel kristel und mit mineral schlag mache ich das ja 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 da habe ich das nicht irgendwo vorteile und nachteile hier warte mal jetzt bin ich scheiße habe ich jetzt das falsche gebaut ne 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 alles gut ich glaube nicht ich glaube ich habe das richtig so mineral schlange weil hier ist der christel sieht deswegen weil ich jetzt kurz überwürgt wird okay ich würde das so machen eben dann einfach da so rein buttern das heißt ich müsste hier und hier noch mal verlängern ups hier und hier noch mal verlängern dann hier und dort verlängern ok ok das heißt ihm müsste ich noch mal verlängern und ihn müssen wir sogar so verlängern und zwar um zwei das mache ich da das kommt wieder weg und hier kommen nämlich jetzt das hier hin einmal input einmal output ok das heißt input output was haben wir überlegen ob ich jetzt so machen soll ob das abgarten plan ok ich habe einen plan ob der plan funktioniert sehen wir sobald das licht angeht oder so ähnlich so wir müssen die noch verbinden das heißt hat er strom er müsste eigentlich strom haben ihn dadurch verbunden ja kriegen wir ok dann hat er auf jeden fall strom moment kann ich eben strom hier einmal irgendwie dass ich sehe wirklich dass alles funktioniert ja ok perfekt gut das heißt das hier kopiere ich mir jetzt einmal zweimal dreimal viermal fünfmal so dass hier kopiere ich mir einmal luck und somit dürfte ich eigentlich die zehn haben okay wir brauchen auf jeden fall ein paar sachen noch wir brauchen auf jeden fall noch förderbänder nicht für bei deiner greife und noch mal roh 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 rohre also förderbänder wo eigentlich nicht aber egal nehmen wir nicht okay viele rohre haben wir jetzt auch nicht das wird knapp aber wir haben noch ein bisschen kupfer mit also von daher okay vielleicht ging was hin warum hier wird hier eigentlich nichts neues geholt ach ich habe meine an haben wir da vielleicht auch ein problem haben wir nicht okay egal wir laufen kurz runter gucken mal dass wir hier alles noch den rest aufgebezimmert bekommen das sieht aber ganz gut aus okay das haben wir das haben wir das haben wir haben das heißt im umkehrschluss hier muss jetzt dieses das ist das zeug hier wäre es nicht besser wenn wir das von unten nach oben ziehen weil sich wenigstens wo es hinkommt so dahin guck mal da haben wir das erste dann brauchen wir die hier 12 12 12 12 ok dann haben wir das auch dann brauchen wir da die kristalle das heißt krieg 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 ist da das dass das so okay das lassen wir so rum das lassen wir hier hin und hier machen wir das ähnlich das war falsch okay die ganze zeit in die falsche richtung natürlich kennt man das haben wir auch so jetzt brauchen wir die kohle ich würde hier das ding einmal hinbauen und dann links und kommen 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 die leeren hin weiß nicht wie sie heißen äh crystal was äh filter ähm wir machen auch wieder ein so ein dingsbums input rein ich finde die eigentlich ganz cool hier machen wir export rein ich bin jetzt am überlegen ob wir das nicht und hier machen wir den hin wenn wir das einmal ändern bitte danke das ist da rein das ist hier hin und dann machen wir es so ok können wir von diesen filtern welche bauen haben wir noch wie viel haben wir denn überhaupt an wir bauen welche ich weiß nicht erstmal so was in die richtung haben wir müssen nämlich jetzt noch die kohle daraus holen die scharkohle das wird kopiert auf das da auf jenes und das einmal hoch hier falsch die seite ebenfalls unterziehen und warum habe ich hier keinen keinen strom mehr houston wir hatten ein problem problem ist aber bereinigt unter mich hier wieder konzert rein wo dann haben wir nämlich ja einmal den einmal den und einmal den vielleicht ein bisschen zu übertrieben ja und ich auch mit leben aber steht haben es da gemacht man lebt nur einmal so das muss hergestellt werden so viel spaß im regelfall dürfte jetzt eigentlich alles laufen bis auf die mineral schlag und den zimmer und sie jetzt okay da müssen wir uns mal ein bisschen umsehen wie wir das okay und wir müssen gucken wo diese mineral schlage herkommen scheinbar fährt jetzt der zug das siebte mal und bringt uns keine also haben wir da auch irgendwo ein fehler drin ich brauche mal den input noch das heißt wir werden das hier einmal nach da ziehen was noch da das zeug muss er dann auch irgendwie wegnehmen das bis hierhin das ist dorthin das ist das buch den tenden 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 so das ist das alle überlegen wie jetzt die satze wo selbst hier glaube ich glaube so setzt sich ist ich glaube so ist es okay aber wir sind hier auf einer wellenlänge wir sind aber sowas von auf einer wellenlänge das ist cool so hier müssen wir aber glaube ich einmal umbauen aber das ist kein problem so da machen wir nämlich hier jetzt zwei pumpen hin klack klack haben wir noch auch letzte so und dann das da wir bräuchten jetzt eigentlich noch mal noch mal aber ob das verteilt sich ganz gut alleine so ergeblich bringt er jetzt würde er nämlich jetzt würde er jetzt würde er würde er was machst du er entlädt nur haben wir kein mineral schlag im doch noch mineral das habe ich doch als letztes gebaut oder nicht hier stimmt aber irgendwas mit der anlage da unten nicht wir gehen auch schon mal da runter und dann reparieren wir das aber dann in der nächsten folge ich sage bis hierhin vielen vielen dank fürs einschalten vielen vielen dank fürs zusehen und wir sehen uns in der nächsten folge wieder wenn ihr lust habt bis dahin tschüss bis dann wahrscheinlich komm spray ich hin bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal